Wie konnte ich das vergessen? Vielleicht habt ihr es gar nicht mitbekommen tatsächlich, aber es ist ein wichtiges Video, das kam gestern raus und hat eine Million Aufrufe. Wer schafft solche Zahlen? Ich meine, Moist Critical tatsächlich hat ein Video gemacht zu Nintendo, mal wieder. Ich habe ihn nicht abonniert, ich schaue ab und zu seine Videos, aber... Ich liebe Nintendo-Games, ich liebe Nintendo als Firma. Diese Anfangen direkt schon. Genau, ja, ich verfolge Moist Critical so halbwegs, weil er lebt mir einfach zu viel hoch und einfach zu viel, was mich nicht richtig interessiert, aber geiler Typ auf jeden Fall. Und das Video heißt Nintendo is being evil again. Ihr müsst ein bisschen Englische Kenntnis haben auf jeden Fall, aber Grund, ihr werdet gleich sehen. Also Nintendo macht wieder richtig Faxen gerade und das hat er damals auch schon gemacht. Er hat damals auch schon ein Video gemacht, als Nintendo Point Crow fast gebannt hatte. I like Nintendo Games, I don't like Nintendo as a company, I've said this for six years now. Nintendo constantly makes decisions that are actively just hurting the biggest fans of their property. It seems like they're just hellbent on ruining people's passion for their properties. Ist true, ist definitiv true, aber es ist halt wirtschaftlich leider schlau. Sie machen sich sehr unsympathisch damit, so, mit solchen Entscheidungen, dass sie große Videos wegsperren, dass sie so krass gegen Mods und Hacks sind, gegen Emulationen vorgehen. Und, ja, einfach Leute, die einfach so viel Spaß mit den Spielen haben. Also, überlegt euch mal, jemand, der das Spiel moddet, der macht das ja nicht, um damit irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie Geld auf Nintendos Nacken zu verdienen. Jemand, der Mods entwickelt, macht das, weil er das Spiel liebt und einfach dem Spiel was hinzufügen möchte, wie er es noch besser machen könnte oder wie er einfach irgendwie seinen eigenen Twist mit reinbringen könnte. Und verkauft das ja nicht mal. Also, Mods werden ja kostenlos angeboten. Es schadet Nintendo ja nicht. Ich verstehe es, wie gesagt, aus der wirtschaftlichen Sicht, dass man sagt, Videos mit Mods und Hacks und sowas oder eine gehackte Switch ist natürlich kein gutes Bild nach außen, weil dann werden vielleicht irgendwie falsche Eindrücke vermittelt und dann haben Leute das Gefühl, ey, die Switch ist ja schlechter als das, was ich irgendwie auf YouTube gesehen habe, weil auf YouTube, da haben die alle so coole Mods und die spielen das alles in 4K 60fps, weil sie es auf Emulatoren auf dem PC spielen und sowas. Aus der technischen Sicht versteht man es natürlich schon, aber gleichzeitig, wenn Nintendo halt selbst nicht die Möglichkeit bietet, so kreativen Content zu machen oder wie gesagt jetzt gerade, was Mods und sowas angeht und auch noch gegen Switch-Hacking so aktiv vorgeht, also man darf ja nicht mal seine Switch hacken. So, das darf man ja auch nicht, obwohl man damit ja nicht mal irgendwie spielt, wobei, damit kann man theoretisch auch Spiele piraten, ja doch, das geht auch. Aber selbst wenn man das nicht macht, kann Nintendo dich einfach schon bannen von Nintendo Online, so. Und dann bist du einfach halt aus jedem Online-Service mit deiner Switch ausgeschlossen. Ich mutze es zum Glück noch nicht, meine Switch ist ja auch gehackt hier, die ich hier habe, meine einzige auch bis heute. Die ist auch gehackt, aber ich habe immer darauf geachtet, dass man das nicht nachvollziehen kann und dass die noch nicht gebannt wurde. Aber wenn ich Pech habe, wird die irgendwann auch noch gebannt und ich kann damit nie wieder online gehen. Das ist halt auch scheiße so, weil es ist einfach kein Grund dafür. So, wie gesagt, deswegen aus einer wirtschaftlichen Sicht, da gibt es irgendwo Sinn, aber ist halt trotzdem für jeden Fan, der einfach gerne sowas macht, einfach nur um die Spiele zu genießen oder halt, weiß ich nicht, irgendwie seinen eigenen Beitrag irgendwie zu dieser Community von diesem Spiel beizutragen, einfach nur ein Schlag ins Gesicht und das ist halt echt scheiße. They're just on this war path against fun itself. It's like when Spongebob had to teach Plankton. Keine Spare-Switch da. Ja gut, bist du Nachfolger, ist egal. Eben, ich habe die letztes Jahr gehackt, zu Zeiten von THTK und ich habe von vornherein gesagt, nee, scheiß drauf, also selbst wenn sie gesperrt werden sollte, dann hole ich mir halt ein neues Switch. Ich habe eh keine OLED, das ist wie gesagt die Switch vom 3. März 2017, ich habe die direkt am Release schon gekauft. Die Joy-Cons habe ich irgendwann ausgetauscht, so, deswegen das sind die Mario Odyssey Joy-Cons, aber ich hatte ursprünglich den blauen und den roten Joy-Con. Aber wie gesagt, das ist eine Day-One-Konsole, also auch noch mit Controller-Drift und mit keinem OLED-Display. Alles bis hin, bis, das allererste Modell wirklich. Die sind auf Kriegsfuß mit, oder Kriegsfuß kann man so sagen, die sind auf Kriegsfuß mit Spaß. Wenn Spongebob had to teach Plankton, what fun is, that's what the community constantly does for Nintendo, only for them to just shout, bah humbug, and then send you a cease and desist, or just outright slap you down. Ich finde das immer gleich so geil, kennt ihr die Folge, wo Spongebob Plankton Spaß beibringen will? F-U-N, F steht für Freunde, die was unternehmen, und Nintendo ist einfach Plankton und die ganze Zeit so, nein, 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 du willst keinen Spaß haben. oder issue you a strike. Often times Nintendo is just evil for the sake of it. Like, I'm talking mustache twirlingly sinister. Like, the Nintendo Corporation is a villain that Mario would have seeked to slay in one of his games. Das ist doch krass, ne? Moist Critical macht nichts, außer sich hinzusetzen Und zu reden über ein Thema, das ist fast uncut Also ich glaube, hier kommen manchmal noch ein paar Einblendungen So ein Video ist realistisch, eine Stunde Aufwand Ja, doch, also vielleicht zwei Stunden, keine Ahnung Der sich vielleicht vorher ein paar Gedanken macht, ein paar Notizen macht Ich weiß nicht, ob er sich Notizen macht für seine Videos Aber dann halt diese paar Einblendungen, keine Musik drunterlegen Kein Schnitt, keine Effekte, einfach nur noch mal ein paar Einblendungen Machen, ein paar Screenshots, die er gefunden hat Und er macht solche Aufrufe damit Und das ist ein Flex Das ist wirklich ein Flex, es so weit zu bringen, nur mit solchen Videos Und wie gesagt, also jeder liebt den Jeder liebt diesen Typen Der vertritt gefühlt immer die Based-Meinung einfach Also ich weiß nicht, ob er so sonderlich kontroverse Takes hat Oder sowas, aber zu jeder Sache, zu der er sich äußert Hat er gefühlt die Mehrheit auf seiner Seite, das ist echt krass Was? Ernsthaft? Warte mal, aber es ging um ein paar Stunden Moment, hier unten steht es ja Ja okay, da gibt's Sinn Wobei, aber, hä? Aber das geht doch dann echt Und bei den paar Stunden haben die schon Faxen gemacht Weil, ne, Zeitzonen, Zeitzonen existieren Spiele kommen, wie jetzt hier unten steht In Japan, Japan, Japan In Japan, Neuseeland oder Australien Einfach früher raus, logischerweise Weil da ist es früher morgens so Da fängt der Tag früher an So, als in Europa beispielsweise Und weil einfach australische, neuseeländische oder japanische Streamer Oder vielleicht auch nur mit einer Keine Ahnung, vielleicht waren es auch deutschsprachige Streamer Die aber halt in Australien entweder gelebt haben Oder was weiß ich was Er von einem Account hat von Australien Wo das Spiel schon erschienen ist Die wurden dann gebannt, weil sie das Spiel zu früh gestreamt haben Sehe ich das richtig? Es ist egal, Hyrule Warriors ist eh Scheißspiel New Nintendo ist Japan Die wissen doch, welche Zeit dort ist Ja, aber die Strikes kommen ja oft von Amerika Oder Nintendo of Europe und sowas Wir kommen ja nicht alle von Japan aus Von der japanischen Zentrale Da gibt es auch immer diese Memes von, ne? Ich habe letztens wieder was gesehen von so einem Das war Daily Doss auf Internet, glaube ich Habe ich ein Video gesehen auf jeden Fall von irgendeinem Typen, der Sie seinen kompletten Arm mit Mario voll tätowiert hatte Mit Mario-Motiven und seinem kompletten Landscape Mit verschiedenen Charakteren und halt so ein typisches Tattoo So ein Sleeve-Tattoo halt über den ganzen Arm, ne? Sehr detailliert und komplett bunt und sowas, ne? Und dann ganze Kommentare auch darunter voll damit Jo, wenn Nintendo das rauskriegt, die wollen den Arm amputieren und sowas Es ist halt wirklich so, es gibt so viele Memes dazu Wie Nintendo ausrastet, wenn irgendwo Lizenzrechte verletzt werden und sowas Bei so Kleinigkeiten, wo man denkt, Nintendo scheiß doch bitte einfach drauf Dass auf irgendwelchen, dass auf irgendeiner scheiß Kirmes Ein Plüsch Mario hängt, der nicht von euch lizenziert wurde Das ist doch so egal, Alter Was gab's denn noch? Was gab's denn noch? Es gab doch mal den Fall, wo auch irgendjemand Weiß ich nicht, irgendwie ein Spiel Ein Rom geleakt hat oder sowas Der dann einfach von Nintendo so heftig verklagt wurde Dass der bis heute Schulden hat, weil er das nie zurückzahlen konnte Vielleicht ist es auch nur so eine Saga und das stimmt gar nicht am Ende Aber ich hab das auf jeden Fall schon mal gehört Oder schon öfter gehört, dass es Von so Fälle gegeben hat, wo Nintendo Dich auf so eine Riesensumme verklagt Was einfach nur absurd ist Die normalsterblich ja niemals zahlen kann Also es ist halt wirklich, was für eine Härte die dagegen vorgehen Ist einfach absolut nicht verhältnismäßig Und jetzt, wie gesagt, gehen sie gerade sehr viel gegen Emulation vor Also Yuzu, der eine Switch-Emulator Wurde ja letztes Jahr schon gebannt Also er wurde zumindest verboten, weiter vertrieben zu werden Und so, ne Ich rede auch öffentlich nicht mehr drüber Ich will da kein Risiko eingehen und sowas Aber auf jeden Fall wurde halt Mach-Ansage-Video gegen Nintendo Ja, da, das ist ganz sicher nicht Ganz sicher nicht Da kann ich auch gleich mit der Wand treten, weißt du, wie ich meine Das bringt gar nichts Das ist alles geil, Nintendo kommuniziert hier einfach nicht Nicht mal bei Pointcrow, Junge, der hat zwei Millionen Abonnenten Das war ein Riesenskandal gefühlt letztes Jahr Er hat versucht, sogar den Kontakt zu Nintendo zu suchen Und so wie ich es verstanden habe, kam da nichts Da gab es keine klare Kommunikation, was jetzt Sache ist So, er hat einfach aufgehört, Mod-Videos zu machen Und seitdem macht er das auch Und wie gesagt, Yuzu wurde letztes Jahr schon gebannt Oder halt, der Vertrieb wurde verboten Hat auch funktioniert, wird nicht weiterentwickelt so Das ganze Team wurde geschlossen Und das waren, da haben einige dran mitgearbeitet auf jeden Fall Und jetzt gab es halt noch Ryujinx Das war der andere Emulator, den ich auch benutze teilweise Ja, und jetzt hat Nintendo auch noch Ryujinx sperren lassen Was aber absurd ist, weil das Ding ist Bei Yuzu hatten sie, glaube ich, das Argument gebracht Oder hatten die halt den Rechtsstreit gewonnen Ich glaube, die sind halt damit vor Gericht gezogen Weil Yuzu, glaube ich, teilweise die Firmware von der Switch übernimmt Oder sowas Also irgendwie was vom Code der Switch wurde quasi übernommen So, und das darfst du tatsächlich nicht Weil es demnach einfach eine Kopie von der Switch war Zu einem gewissen Teil von der Software, die auf der Switch läuft Während halt zum Beispiel, ich glaube, Ryujinx komplett von Grund auf Irgendwie nachgebaut wurde Wenn man das so ganz grob erklären kann Ich glaube, das ist ungefähr das Thema gewesen, ja Nagel bin ich nicht drauf fest Aber so in die Richtung war das, glaube ich Dass Ryujinx quasi, ja, von Grund auf das selbst entwickelt hat Deswegen war Ryujinx auch immer schlechter als Yuzu Aber Yuzu war quasi, hat wirklich auf der Switch basiert Auf der Switch-Software Und das war quasi das, was sie sich nicht hätten erlauben dürfen Und was am Ende auch dafür gesorgt hat, dass Yuzu halt gebannt wurde Oder halt gesperrt wurde Nintendo deserves more shit than a port-a-potty for this And I really hope they get huge backlash for it Because I think this is just completely unacceptable It started two days ago with a channel called Retro Game Corps Announcing that they had received strikes For content that had a Nintendo game running on an emulator Es geht um Echoes, ne Ich meine, hier ist zwar Wind Waker zensiert Aber es geht, glaube ich, um Echoes Okay, WTF, es ging einfach um was anderes Es geht einfach um ein Wii U-Spiel Digga, es ist so random, das meine ich halt, ne Es ging nicht mal um Echoes of Wisdom bei ihm Es ging einfach Es ging einfach um irgendein Wii U-Spiel Anscheinend Wind Waker Vielleicht war es Wind Waker Vielleicht war es auch irgendein anderes Spiel Weil es auf dem Emulator gespielt hat Das kann man ja, wie gesagt, nachvollziehen Wenn du einfach siehst, dass es auf 60 FPS läuft Obwohl es auf der Konsole halt nur in 30 FPS laufen kann So, dann weiß man natürlich Okay, es wurde auf dem Emulator gespielt Oder halt auch die Auflösung Wenn man die Pixel zählen möchte Oder so eine Scheiße Ja, aber wie absurd ist das denn? Also, es ist ein Wii U-Spiel Warum? Consider Weil, wisst ihr, wie viele Mod-Videos auf YouTube existieren? Wo Leute irgendwelchen Mod-Content gemacht haben? Oder einfach auf Emulatoren gespielt haben? Alles Fast jedes, keine Ahnung Fast jedes Retro Game, was ihr suchen werdet Fast jedes Ocarina of Time Let's Play Fast jedes 3DS Game oder sowas Wurde alles auf Emulatoren gespielt Alles Weil Nintendo Nintendo ist Ich sag nicht, dass es Promote oder irgendwas Kauf die Spiele bitte Dings, Piracy ist nicht cool So, das ist nochmal was anderes Eine Emulation ist was anderes als Piracy Oder als sich ROMs illegal aus dem Internet runterladen Das ist ein Unterschied Aber Das Ding ist ja, Emulation ist ja auch nicht mal illegal Ich hoffe, da geht ihr jetzt auch noch gleich drauf ein Wir reden schon wieder viel zu lang, ne? Scheiße, Alter Das ist auch nochmal ein Punkt, ne? Die Wii U wird nicht mehr verkauft Und auch der Wii U eShop ist schon geschlossen Das heißt, du kannst dieses Spiel gar nicht mehr kaufen eigentlich So, natürlich geht's über Umwege noch Aber halt über Ebay und so Aber da macht Nintendo ja kein Profit mehr mit Also sie verlieren ja nicht mal Geld dadurch So, this is one of the core components And what makes emulation so important There are games that aren't being sold anymore And cannot be accessed outside of emulating them It's fucking ridiculous It is an incredibly important tool for preservation But the only thing Nintendo is interested in preserving Is that chip on their shoulder they have against Any kind of internet content that shows their games So, they once again overstep and issue strikes for this Which is something Nintendo has done since the dawn of YouTube itself There was a time period where you couldn't actually have a YouTube video That had a Nintendo game in it Because Nintendo would have your account banned They fucking hate it Das wusste ich auch nicht Aber das war bis, glaube ich, 2018, ne? Ich meine, das war sogar bis 2018 so Dass es dieses Nintendo Creator Program gab Wo da auch noch die Einnahmen teilen musste und sowas Tja, was für Zeiten, Alter, wirklich Verrückt Verrückt Ich hab's damals überhaupt nicht mitgekriegt, ne? For some reason They try and protect their copyright with an iron fist And I know there's always people at Nintendo's cock in their mouth Trying to make arguments on their behalf Doing free PR for them Fighting their battles Saying things like Oh, yeah, but Wie cool ist es eigentlich Müssen wir auch ganz kurz drüber reden Wie cool ist es eigentlich Einen fucking Greifautomaten in seinem eigenen Zimmer zu haben People will download games that they don't have on emulators And that hurts Nintendo Load of baloney That's dirty barnacles Especially in cases like this There is no one getting hurt By emulating games that are not accessible Through official means There is tons of games like that Emulation is extraordinarily important And Nintendo does everything it can to ruin it And in doing so They even try and ruin other people's lives in the process That channel now has two strikes on their YouTube account Meaning that they're one strike away from having their account terminated Meaning A source of revenue Part of their livelihood Is on the cusp of being taken away Ja, aber das ist, wie gesagt Das machen sie aber oft Dass sie nur zwei Strikes austeilen Bei drei Strikes ist dein YouTube-Kanal irreversibel gelöscht Da kannst du auch keinen Einspruch gegen einlegen Meine ich Außer du hast, glaube ich, gute Connections Dann kannst du es vielleicht irgendwie arrangieren So Aber an sich Wenn dein YouTube-Account drei Strikes bekommt Bist du weg Du bist einfach weg Und du kommst auch nicht wieder So Und es kann sogar sein Dass deine ganze Person gebannt wird Dass du also nicht mal mehr einen neuen Kanal machen darfst Weil sobald quasi in Verbindung gebracht wird A, du bist der, der früher den Kanal gemacht hat Dann wirst du auch wieder gebannt Wobei ich weiß nicht Das könnte auch sein, dass es was anderes war Ich glaube, Ansgar hatte die Situation mal gehabt Dass er, glaube ich, gebannt geblieben worden wäre Weil er aus Versehen Dinge in seinem Stream gezeigt hat Die man nicht hätte zeigen dürfen So In seinem YouTube-Stream Das war auch so eine Sache Ähm War Mitglied von Team Executor Einer Hacker-Gruppe Die Geld mit dem Verkauf von Geräten verdiente Die es ermöglicht Raubkopien auf Nintendo-Konsolen zu spielen Okay, das ist was anderes Ja, das ist nochmal was anderes Weil, wie gesagt Wenn die damit Geld verdient haben Und irgendwas verkauft haben Quasi, um Nintendo abzuziehen Da verstehe ich es nochmal mehr Aber wie gesagt Es wurden ja auch schon Leute Es wurden ja auch schon Leute verklagt Die einfach halt nur Okay, das will ich jetzt nicht sagen Aber trotzdem Es gibt auch, wie gesagt Fälle, wo Leute einfach kein Geld Mit irgendwas verdient haben Oder nicht Nintendo aktiv schaden wollten Und trotzdem auf unglaublich hohe Summen Verklagt wurden Also, ähm Wo waren wir gerade nochmal? Ach ja, genau Aber Nintendo macht das häufig Dass sie nur zwei Strikes austeilen Und dass der dritte einfach so wegbleibt Quasi als Warnschuss Ich glaube, das soll oft so ein Warnschuss sein Um quasi, um Leute auch einzuschichtern Und Ja Hat es, wie gesagt, damals bei Pointcrow auch gegeben Man hat, glaube ich, auch zwei Strikes bekommen Wusste halt, okay Wenn ich jetzt wahrscheinlich modded konnte, weitermache Dann wird man wahrscheinlich Nintendo noch einen dritten Strike hinterherhauen Und ich kann halt nichts dagegen tun Selbst wenn es laut eigenen Nintendo-Richtlinien Sogar erlaubt ist Ich meine, die können am Ende machen, was sie wollen Aber die widersprechen halt den eigenen Richtlinien teilweise Was willst du machen? Du sitzt einfach am kürzeren Ende vom Hebel Am kürzeren Hebel? Ja, am kürzeren Hebel Deswegen ist es halt einfach kacke Was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte Stimmt Wie gesagt, Yuse wurde damals verklagt Und die hatten vor Gericht dann verloren Oder Haben irgendwann eingeknickt auf jeden Fall Jetzt wurde halt Rio Jinx auch vor kurzem verklagt Und ich meine Dass sie gar nicht dagegen vorgegangen sind Dass sie einfach gesagt haben Okay, kein Bock Mit Nintendo vor Gericht zu ziehen Die haben die besten Anwälte natürlich so Da wollen wir uns nicht drauf einlassen Selbst wenn wir im Recht sind Das ist ein zu großes Risiko Und deswegen haben sie einfach von vornherein gesagt Die haben sich anscheinend irgendwie auf einen Deal geeinigt Also entweder haben die Geld geboten bekommen Oder ich weiß es nicht Aber auf jeden Fall hat man sich halt darauf geeinigt Dass Rio Jinx auch abgeschaltet wird Das ist halt witzig Weil Nintendo eigentlich so Keine Ahnung So neben Sony und Microsoft Find ich Ist noch die Firma Die am ehesten für so Für so Holesome Spaß Spiele steht Wisst ihr wie ich meine? Natürlich nicht nur Aber das ist so gefühlt Dieses Image Was am ehesten noch nach außen kommt Nintendo ist so Hab Spaß mit unseren Spielen Und Es ist alles tendenziell weniger ernst Und immer noch für eine jüngere Zielgruppe Kinder und Jugendliche und sowas Aber Spaß ist hier verboten Is they just shut down Ryu Jinx Ryu Jinx is one of the last main remaining Switch emulators And it just got wiped out today Like the dinosaurs with the fucking meteor Nintendo came in And they put the kibosh on it According to an official statement According to an official statement on Ryu Jinx Discord server Developer GDK Chan was contacted by Nintendo Offered an agreement to stop working on the project And the agreement wasn't confirmed But the organization has been entirely removed So here is the discord announcement about it Talking about how it's going to cease operations And like I mentioned This is one of the last remaining Switch emulators This isn't the first time Nintendo has done this They took down Yuzu Not that long ago Which was The big boy on the block That was the sheriff in town Yuzu was the go to Switch emulator Until Nintendo put it in the crosshairs And they took it out behind the barn Wie gesagt, da kann ich's noch ein bisschen verstehen Wenn es wirklich darauf basiert Wenn dieser Emulator darauf basiert hat Dass Switch Assets genutzt wurden In irgendeiner Form Also vom Code oder sowas Teile übernommen wurden Das ergibt irgendwo noch Sinn Aber wie gesagt Bei Ryu Jinx hatten sie nicht das Recht dazu Und ich verstehe, dass man's kritisiert Das ist die eine Sache, ja Ich verstehe, dass man kritisiert Ja, keine Ahnung Das ist eine aktuelle Konsole so Und ja Es ist kacke zu einer aktuellen Konsole Die aktuell noch verkauft wird Die Das Hauptgeschäft von Nintendo ist offensichtlich Die schon zu emulieren Dass man quasi diese Konsole nicht kaufen muss Ich verstehe's schon, ja Aber es ist halt per Gesetz nicht illegal So, es ist halt einfach erlaubt Kannst du jetzt gegen das Gesetz vorgehen Okay, aber es ist so Dann einfach gegen diese Dann gegen Ryu Jinx vorzugehen Obwohl du eigentlich im Unrecht bist Ist halt einfach eigentlich nicht okay So Grund dafür Man könnte sich auch fragen Okay, warum machen die das jetzt? Ryu Jinx existiert seit Jahren Ist auch seit Jahren schon relativ stabil Natürlich die Emulatoren werden mit der Zeit immer besser Weil's immer leichter wird Und auch weil die PCs immer stärker werden Aber auch mit der Zeit wird's natürlich immer leichter Zu optimieren Und immer mehr Noch sich zu bessern Quasi, dass die Performance besser läuft Und Man könnte sagen Ja gut, vielleicht liegt's irgendwie daran Dass es jetzt immer stärker geworden ist Weil eigentlich ist da die letzten zwei Jahre Nicht mehr so viel passiert So die letzten zwei, drei Jahre Hat sich auf Ryu Jinx nicht mehr viel getan Und das ist nicht wirklich stärker geworden Man könnte vielleicht sagen Man könnte sagen, es hängt damit zusammen Dass jetzt die Switch 2 in den Startlöchern steht Dass es irgendwie Keine Ahnung Dass man irgendwie Weiß ich nicht Durch modded Content Oder durch Durch Aufnahmen von Ryu Jinx Wo man sieht Okay, da können Spiele in 4K und sowas laufen Dass man dann irgendwie Die Erwartungen für die Switch 2 anders hat Oder sowas Ich weiß nicht Vielleicht könnte es irgendwie damit zusammenhängen Dass man dann quasi Wenn die Switch 2 vorgestellt wird Das Gefühl bekommt Ja, aber in der Grafik Sehe ich ja schon die ganze Zeit die Videos So, also das habe ich ja die ganze Zeit schon gesehen Oder So kann ich ja selbst In der Grafik kann ich ja jetzt schon Auf dem Emulator spielen Und sowas Vielleicht hängt das damit zusammen Aber auch dann denke ich mir Kommt ein bisschen spät jetzt gerade Dass sie das jetzt machen Aber wie gesagt Man kann nicht in deren Köpfe reingucken Die kommunizieren ja auch nichts Ich weiß nicht, ob man darauf jetzt noch eingeht Aber das ist auch ein guter Punkt Ja, dass Nintendo eigentlich immer möchte Dass man es auf die eigene Art spielt Auf die Art spielt Wie sie es intended haben Nintendo Äh, was gab es denn da für einen Fall Ich glaube von Poincrow Wurde damals auch Letztes Jahr Ein Video gebannt Oder ein Ja, ein Video gesperrt Er hat keinen Strike dafür gekriegt Aber es wurde trotzdem gesperrt Wegen halt Urheberrechtsverletzung Von Nintendo Weil Ja, halt wegen Urheberrechtsverletzung Und wie gesagt Das haben die sonst immer nur gemacht Bei modded Content Hat Don Tendo auch schon abgekriegt Don Tendo hat auch schon Mario Odyssey Hacks gespielt Und sowas Auch die wurden teilweise schon gebannt Aber Das Interessante war Bei Poincrow waren auch Videos betroffen In denen er keine Mod gespielt hat In denen er einfach nur das Spiel Auf seine Art durchgespielt hat Wie zum Beispiel Wie er es aktuell auch macht Aktuell spielt Poincrow ja Ja, oder was hat er letztens gemacht Theo TK in einer geraden Linie durchspielen Dass er einfach An einem Punkt In Theo TK In der äußeren Map startet Und dann komplett Über die ganze Map In einer Linie läuft Das ist halt ein super kreatives Video Das hat nichts mit dem Originalspiel Von Theo TK an sich zu tun Aber es ist halt auch keine Mod Die man läuft Also er spielt es trotzdem Auf der normalen Konsole Hat sich keine Keine Cheats aktiviert Oder sowas Einfach alles ganz normal Mit Vanillaspiel Und selbst sowas Kann betroffen sein Und das gibt halt einfach Überhaupt keinen Sinn mehr Und gerade bei einem Spiel Wie Theo TK Dass du ja so vielfältig Und eigenartig spielen kannst Selbst da Haben die so Probleme damit Es ergibt überhaupt Keinen Sinn wirklich Stimmt, das gab's ja auch mal Dass Leute einfach So selbstorganisierte Smash Tournaments Angefangen haben Oder organisiert Organisiert wollte ich sagen Sorry Organisiert haben Und die dann von Nintendo Einfach Ja Also zum einen natürlich Nicht unterstützt wurden Aber teilweise auch dann Verboten wurden Weil die es nicht mal selbst macht Selbst bei einem Spiel Wie Smash Wo es echt Eine E-Sport-Community Gibt eigentlich Oder es gab auch mal Ein Fall Wo die Weiß ich nicht Wo Ich glaube Bei Splatoon Ich glaube Bei irgendeinem Splatoon-Turnier Wo Nintendo quasi auch Das Ganze unterstützt hat Mit Was war da Der Hauptgewinn Eine 50-Euro-E-Shop-Karte Oder sowas Digga Was ist denn los mit euch Also Was ist denn Was ist denn Für Fansupport bitte Nintendo so Wehe Spielt unsere Competitive Spiele Competitive Nein, nein Das nicht 25 Euro Stark Stark Halt Stopp Das war so nicht Nintendo Ja genau Pro hat TikTok Account darüber Der heißt True4Smash Achso Wegen Dings Wegen den Tournaments Oder was So was ist einfach Schmutz Wie gesagt Das betrifft mich Weniger Mit den Competitives Mit der Competitive Szene Oder Online Modus Aber Also der Fanservice Es wird echt geile Konsole Kann man nichts sagen Aber alles was seitdem Seitdem Vor allem halt seit Seit Ich weiß nicht ob das genau Wie gesagt Jetzt damit zusammenhängt Aber es wird ja oft In Verbindung gebracht Das ist teilweise Diese neuen Diese neue Diese neue Politik Die neue Nintendo Politik Halt durch Dark Bowser Und Furukawa Kommt Es ist Furukawa Es ist Furukawa Oder Weil halt quasi Wobei Iwata wurde erstmal Spontan ausgetauscht Durch Kimishima Ich glaub Iwata wurde erst Ausgetauscht Durch Kimishima Aber Kimishima Hat dann das Amt Vom Präsident Von Japan Auch abgegeben Nach ein paar Jahren An Furukawa Und jetzt halt Nintendo President Ist Furukawa Und halt Im amerikanischen Raum Nicht mehr Reggie Sondern halt Dark Bowser Und die machen halt Weniger den Eindruck Die True Gamer zu sein Sondern eher halt Die wirtschaftlichen So Die halt darauf achten Okay wie können wir Unseren Gewinn maximieren Was natürlich auch verständlich ist Wie gesagt Das ist ein super großes Unternehmen Und es geht um echt Sehr sehr viel Geld Aber ja Es ist halt wirklich Dadurch ein bisschen Der Fansupport gestorben Hat man Wird wie gesagt Viel damit in Verbindung gebracht Ob das jetzt genau An denen liegt Oder einfach generell Am Erfolg der Switch Oder am Zeitgeist Es kann an vielen Faktoren hängen So Aber trotzdem wird es halt Wie gesagt Sehr in die Zeit eingeordnet Dass sich Nintendo Einfach in eine komische Richtung Entwickelt hat Und ja Sich unsympathisch gemacht hat Mit solchen Aktionen Nintendo Sometimes Comes out there And says Nope Shut it down Pussy Like They go out of their way To ruin fun They've been a little Better about Not destroying Smash tournaments Recently But historically You've always Just had a coin flip On whether or not Nintendo's gonna Show up and just say That's enough Take this down And it's that way For so many things It's just so unnecessary And it's always So heavy handed They always choose Like scorched earth Like the most Aggressive path They can take Strikes on your channel Banning your stream For 48 hours Like shutting down Your Twitch channel For 48 hours Which is Fundamentally Like To put that in perspective Nintendo having that power Is basically Nintendo showing up To your job And firing you For 48 hours Like that's How extreme It is It's so stupid It's silly Well it would be silly If it Ja wie gesagt Also dann muss ich Muss ich sagen Ein bisschen kann man es Natürlich schon verstehen Ein bisschen kann man es Ja schon verstehen Also der Vergleich Hinkt natürlich In der Hinsicht Dass man den Job Ja nur machen kann Wegen Nintendo So Aber auch das Also Keine Ahnung Auch das ist natürlich Es ist wie gesagt Es fehlt einfach absolut Die Kommunikation So und Das ist echt super ärgerlich Ist wo die Embargos fallen Was auf gut Deutsch bedeutet Ab dem Zeitpunkt Erscheinen die ganzen Reviews Da kannst du dir schon Im Internet durchlesen Von IGN Und was weiß ich Auf einem ganzen Review Magazin Es kann aber sein Dass sich das anscheinend geändert hat Es wird halt nicht kommuniziert Aber wie gesagt Es war in der Vergangenheit immer so Und das erste Mal Richtig Gegenwind Hat es halt gegeben Bei Mario Wonder Und jetzt halt das zweite Mal Bei Echoes of Wisdom Damals bei Mario Wonder Hatte an dem Donnerstag Das Spiel ist an einem Freitag Raus gekommen Und am Donnerstag davor Also einen Tag vorher Hatten David Hatte sein Video gemacht Die ersten 30 Level in Mario Wonder Hatte dieses Splitscreen Thumbnail gemacht Falls ihr es noch kennt So Ich spiele die ersten 30 Level In Mario Wonder Und dann die ersten 60 Und dann die ersten 100 Level Und sowas Don Tendo hat die ersten 3 Let's Play Parts veröffentlicht Let's Play Markus Hat die ersten Parts veröffentlicht Wer hat noch mehr gemacht? Ich weiß gar nicht mehr genau Wer es noch war Ja jedenfalls Ich glaube ich habe damals Auf das Video von Ballando reagiert dazu Ich bin nicht mehr ganz sicher Und die wurden alle Weggestrikt Die Videos wurden alle weggestrikt Die sind dann glaube ich Irgendwann wieder online gekommen Nach ein paar Tagen Aber Ja so richtig kommuniziert Wurde es halt nicht So Und da hat man halt gemerkt Okay Nintendo hat anscheinend Doch ein Problem damit Wenn man direkt am Release Tag Oder am Tag vor Release Schon viel Content dazu raushaut Obwohl es halt eigentlich immer okay war Aber jetzt anscheinend Haben sie doch ein Problem damit Deswegen ich bin bei sowas vorsichtig Ich halte mich da einfach dran Ich bring einfach das erste Video Zu einem neuen Spiel Immer erst an dem Tag An dem es offiziell erscheint Da bin ich auf der sicheren Seite Vergleichsweise So oder ich habe zumindest Dieses Argument noch auf meiner Seite Dass ich sage Okay ich gebe mich nicht In so eine Gefahrenzone Die halt so ein bisschen So eine Grauzone ist Muss ja nicht sein bei Nintendo Und das komische war aber Dass Bei David und bei Don Tendo Konnte man nachvollziehen Dass die beiden es Auf einem Emulator gespielt haben Ja das konnte man Wie gesagt Entweder indem man die Pixel gezählt hat So oder indem man Die Framerate Ich glaube bei Framerate Kann man es nicht mal sagen Weil Marihuana lief sowieso Auf 60 FPS Ist ja auch egal Jedenfalls Da konnte man es nachvollziehen Okay Dass das Ganze Auf dem Emulator gespielt wurde Bei Let's Play Marcus Aber nicht so Wenn man da drauf geachtet hat Hat man gemerkt Das sah zumindest danach aus Alles hat danach ausgesehen Als ob er es wirklich Auf einer Switch spielt Und trotzdem wurden seine Videos Auch gebannt Und es ist ja auch faktisch Richtig Dass man das Spiel Oft auch schon einen Tag Vorher bekommen kann Ich hab Echoes of Wisdom Auch schon am Donnerstag Im Briefkasten Äh ne am Donnerstag Am Donnerstag kam es ja raus Ich hab es auch am Mittwoch Schon im Briefkasten gehabt Ja Haben auch Leute gesehen Die im Stream waren Oder ich glaube bei Ömmel War das im Stream Das hat man gesehen Ich hatte dieses Spiel schon Trotzdem hab ich an dem Tag Noch kein Content dazu gemacht Wie gesagt Weil ich nicht das Risiko eingehen will Aber ich hätte es machen können Ich hatte dieses Spiel Legal erworben Ich hatte es hier Und ich hätte dazu Was machen können Was ich wollte Ich hätte es auch streamen können Aber wie gesagt Wegen so einer Scheiße Trau ich mich halt nicht Und da sagt mir lieber so Komm Scheiß auf die 24 Stunden Lass lieber noch einen Tag warten Um sicher zu gehen Mann ey Nintendo hat es sogar kommuniziert Dass sie härter Gegen Videos vorgehen Die vor Release geteilt werden Äh ja Das ergibt ja auch Sinn Wir reden aber hier von Also in dem Fall Reden wir von Gelegten Roms Die einfach zwei Wochen Vorher im Umlauf sind Das ja Das war auch schon immer so Dass dagegen vorgegangen wurde Und da kriegst du auch Richtig rechtliche Probleme Mit Nintendo Also da wirst du auch Verklagt von denen teilweise Aber nicht Wir reden nicht von 24 Stunden vorher Weil was wie gesagt Auch mit Timezones Auch noch gerechtfertigt werden könnte Teilweise Also wenn ich hier Nachmittags ein Video raushaue Was ich am Tag vorher Schon hätte machen können Wäre ja in Australien In Neuseeland Und sowas Wäre ja schon nach 0 Uhr Oder doch Wäre schon nach 0 Uhr An diesem Tag gewesen Beziehungsweise schon Der nächste Tag angebrochen Und da wäre das Spiel Schon offiziell raus Also selbst das wäre in Ordnung Aber wieso muss man Wegen 24 Stunden So ein Drama machen Und es ist nicht wie Sie etwas gut machen Sie sind nicht Einen Emulator Sein eigenes Sie nehmen diese Emulatoren Und dann was Dann sind die Spiele Inherzbarkeit Einige Spiele Du kannst nicht mehr Aber wie gesagt Das hinkt jetzt auch Ein bisschen Weil es geht hier Um Switch Emulator Es geht ja nie Um ältere Emulatoren Aber halt auch Content dazu verbieten Zu Games Auf vergangenen Konsolen Die nicht mehr Vertrieben werden Die Spiele werden Ebenfalls nicht mehr Vertrieben Oder Nintendo Profitiert nicht mehr Davon Das ist Schwachsinn Das machen sie ja teilweise Mit Virtual Console Die man damals Auf der Was war das Auf der Cartridge War das N64 Cartridge Ich glaube schon Hatte N64 Cartridge Das ist doch diese Großen Ich weiß gar nicht Genau Aber jedenfalls Eine andere Version Auf jeden Fall Das wäre halt echt geil Wenn Nintendo es wirklich Einfach anbieten würde Junge Bietle doch einfach Auf Steam Wie geil wäre das bitte Oder habe ich da gerade Einen Denkfehler Aber wie geil wäre das bitte Wenn Nintendo einfach Selbst auf Weiß ich nicht Steam oder irgendwo Einfach im Internet Zum Kauf anbieten würde Yo du kannst dir einfach Einen Emulator kaufen Von vergangenen Konsolen Von den alten Konsolen Warum nicht So Das wäre einfach Nur was Digitales Das heißt Die müssten sich Nicht wieder Konsolen Produzieren Physisch herstellen lassen Und die dann irgendwie Die ganze Welt verschiffen Und sowas Das ist also Günstiger Ja aber Ne Nicht wirklich einfach Ah Nintendo Ist halt Nintendo Ich will wirklich Ich frage gerade Übersehe ich irgendwas Oder was Was wäre der Nachteil davon Weil die können ja Mit dem eigenen Wissen Mit der eigenen Software Können sie ja arbeiten Ich würde Geld dafür ausgeben Ja jetzt mal for real Also stellt euch mal vor Die würden einfach raushauen Yo du kannst hier Weiß ich nicht Du kannst dir den Emulator An sich einfach kaufen Einmalig So Dann hast du den Emulator Und kannst dir einfach Die Spiele für Weiß ich nicht 5 Euro oder sowas Jeweils kaufen Dann kannst du dir das Original Mario 64 Quasi genau die originale ROM Kannst du dir kaufen Für ein 5er so Vielleicht auch irgendwie Mit den Funktionen Abzuscalen und so Und scheiß Dass du halt auch noch Diese typischen Emulationen Fähigkeiten hast Dass du Cheats aktivieren kannst Und sowas Was hätten sie denn Für einen Nachteil davon Die können doch Mit diesen alten Konsolen Weder mit den Spielen Noch mit den Konsolen Noch irgendwie Geld verdienen Das wären 70 Euro pro Game Seien wir ehrlich Ja okay Das wäre teurer ja Aber ich meine Sie könnten es doch Trotzdem günstig anbieten Das würde sich scheiße gut verkaufen Das wäre offiziell von Nintendo Sie hätten dann auch Den Grund Die ganzen anderen Emulatoren Sperren zu lassen Weil es gibt den offiziellen Emulator Und die Leute hätten Gute Möglichkeit Die alten Spiele Offiziell zu spielen Ohne dass man da so ein Geheimnis Nur als Remake nochmal Aber nicht mehr als Remaster Wahrscheinlich ja Darf man Emulator legal spielen Nochmal Emulatoren sind legal Sich ROMs zu piraten Ist nicht legal Was du eigentlich machen musst Ist sich Also du kannst den Emulator ziehen Ja Jetzt nicht mehr Weil Riojinx und Yuso Wurden ja gesperrt Es sei denn du hast noch Deine Quellen Wo du es herbekommst Und du musst halt eigentlich Nur deine 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 Dings dumpen Also deine Quasi die Dateien Die auf der Cartridge drauf sind So also Du kannst dir Ich sag jetzt nicht wie Aber es geht Aber wo ist ein Cartridge hin Hä Warum ist hier keine Cartridge drin Wo ist die bitte Aber man hat Microsoft Winston mitgenommen Scheiße Brauch ich denn Ah hier Ne Wo ist denn das Cartridge Hier ist ein Cartridge Klar Ich hab hier mein Mein Switch Case So Little Nightmares Okay Du kannst Die Daten Die auf dieser Karte drauf sind Über Umwege Über eine gehackte Switch Nehmen Auf eine SD-Karte verschieben Auf den PC bringen Und dann hast du die Datei Die du Auf deinem Emulator Spielen kannst Obwohl du diese Cartridge Nicht einsetzen musst Natürlich lässt sich daraus auch Wenn man ein bisschen nachdenkt Diese Datei kannst du natürlich auch vertreiben Und so werden halt Roms im Internet verteilt Und quasi Dann können Spiele gepiratet werden Und digital vertrieben werden Aber ohne Ohne für Geld zu zahlen Das natürlich Ist illegal Logisch Aber Wie gesagt Für sich selbst zu dumpen Quasi selbst die Spieldaten Von der gekauften Cartridge zu nehmen Und auf dem Emulator zu spielen Ist an sich legal Man muss eine Kopie der Firmware Einer Einer eigenen Switch machen Das ist aber halt nur Switch aus den ersten Zwei Jahren Äh Angenehm Ältere Switch sind eklig Ja Das ist auch nochmal so ein Punkt Irgendwann haben sie auch Ein bisschen was geändert Am Code der Switch Wie die Switch genau funktioniert Deswegen auch Das Man muss zum Beispiel auch noch Um Emulator zum Laufen zu bringen Baust du auch noch eine Firmware Und Product Keys und sowas Und die musst du dir auch Von deiner Switch theoretisch nehmen Ist an sich aber Wie gesagt Das ist entweder Es ist entweder legal Oder teilweise Einzelne Schritte sind so eine graue Zone Wie gesagt Das war halt immer so Und es war auch nie ein Thema Was ganz klar illegal ist Was man auch so sagen muss Ist Roms aus dem Internet runterzuladen Sich Roms illegal runterzuladen Weil dann kaufst du quasi Du lädst dir ein Spiel runter Was man sonst bezahlen müsste Ganz einfach Aber wenn du das Spiel selbst besitzt Und von dem gekauften Spiel Die Daten darüber kopierst Dann ist es was anderes Logisch, ne? Danke, ja, danke Ich hab immer noch die unrealistische Hoffnung Dass es sich für die Switch 2 ändern wird Aber naja Das ist immer noch ein Dial-up-Service Das du bezahlen kannst Basiglich Jeder Nintendo Online-Game Ich hab immer gespielt Besonders Smash Bros. Ultimate Online Ist fucking sickening Like Deine Games Like They're fun They're very fun games Aber their hardware Is outdated Their hardware Is archaic But a fucking calculator On your iPhone Is probably more powerful Than the entire Switch console Like Nintendo ist Das würde ich aber nicht so haten Man darf auch nicht vergessen Das ist die längste Konsolenlaufzeit Die man bisher hatte Von Nintendo Die Konsole ist so alt Wie keine andere Von Nintendo Also im Sinne von Die Lebenszeit Die Lebenszeitspanne einer Konsole Ist ja quasi vom Release Bis zu dem Zeitpunkt Wo die nächste Konsole released wird Und die Switch hat jetzt schon Mit einem ordentlichen Abstand Auf jeden Fall Die längste Laufzeit Einer Konsole jemals Von Nintendo So Und Wir haben noch nicht mal Die nächste Konsole angekündigt bekommen Also Die Switch ist schon sehr alt Die hat schon eine sehr lange Laufzeit Und das ist auch die erste Hybrid-Konsole gewesen Man darf die ja nicht Mit einer Playstation vergleichen Oder sowas Das machen ja viele fälschlicherweise Weil Du kannst zwar am Fernseher spielen Aber du kannst das scheiß Ding Auch mitnehmen Also theoretisch Das ist die ganze Konsole Und das kannst du nicht Mit einer Playstation vergleichen Und Deswegen Ja aber trotzdem Allein anhand der Leaks Die wir jetzt bekommen haben Zur Zur Switch 2 Sollte das auch eigentlich Kein Thema mehr sein Auch dann natürlich Wenn man sagt Okay die Switch 2 Die wird ungefähr Die Hardware Von einer Playstation 4 Da kann man erst mal sagen Junge Playstation 4 Ist schon sau alt Was ist das für ein Scheiß Dass sie das 2025 rausbringen wollen Bro Es ist eine Handheld-Konsole Dafür ist es ultra krass Und dann braucht man auch nicht mehr So Also Diesen technischen Schritt Von der PS4 zum Beispiel Zu PS5 Wer braucht das Wen juckt das denn Ob du jetzt in 4K spielen kannst Oder Was kann die PS5 überhaupt alles Ich weiß gar nicht Auf wie vielen spielen Die 4K 60 kann Und sowas Das geht natürlich schon Zwischen PS4 und PS4 Pro Ist krank Der Unterschied Oder was meinst du Dass ich da die Hardware aufhalten soll Das ist an sich ja ultra stark Wer braucht denn mehr als das Wer braucht denn Wirklich Hat irgendjemand gesagt PS4 Ah ne Das ist mir jetzt zu schlecht Die Grafik hiervon ist mir zu schlecht Keine Ahnung Das ist mir Die Leistung reicht Wenn ich brauche jetzt unbedingt Eine neue Konsole für 600 Euro Nein Ganz im Ernst Irgendwann reicht es doch auch Also ja Natürlich Technik entwickelt sich weiter Und sowas Aber wir sind doch an einem Punkt angekommen Ganz ehrlich 2K 60 FPS reicht doch Wer braucht denn Bei allen Spielen 4K 60 FPS Raytracing Und Ultra Keine Ahnung Was sind die krassesten Effekte Und alles perfekt 100%ig noch geiler Irgendwann ist doch auch mal gut Dass man sagt Okay es reicht jetzt Und selbst wenn man ein paar FPS Einbrüche hat Oder selbst wenn die Grafik Mal vielleicht runterskaliert wird Dann ist es halt so Als ob du nicht drüber hinwegkommen würdest So Und deswegen Ich glaube mit der Switch 2 Ist man dann quasi an dem Punkt Dass selbst die Handhelds So eine starke Leistung haben Oder Anderes gutes Beispiel Ich habe mir Ich habe mir ein MacBook gekauft Das erste Mein allererstes Apple Produkt Und ich hoffe auch das letzte Äh Ich bin Ich bin überzeugt Ja es ist ein geiles Teil Auf jeden Fall Es ist der Lass mich nicht lügen Äh Es ist der MacBook Pro M3 Max Das ist ungefähr der teuerste MacBook den man haben kann Ich habe viel zu viel Geld Dafür ausgegeben wirklich Aber Das ist jetzt einmal ein Laptop Den ich mir gekauft habe Nee Miri muss nicht enttäuscht Ich bin selbst überhaupt kein Apple Fan Ich bin absolut kein Apple Fan Aber Apple so ein großes Ich verstehe Ich bin doch selbst Apple Hater Entspannt euch doch Ich bin doch selbst Apple Hater Man muss aber leider sagen Wenn ich ein Windows PC Ein Windows Laptop Auf der Größe In der Leistung Gesucht hätte Dann wäre er erstens Ultra unästhetisch Weil er dreifach so groß wäre Und dreifach so schwer wahrscheinlich Und zweitens Wäre es überhaupt schon schwierig gewesen Ich meine Man zahlt generell natürlich auch für die Marke viel Aber trotzdem Das Ding ist eine absolute Power Maschine Dieser Laptop hat mehr Leistung Also wirklich Der hat mehr Leistung als mein PC Als auf dem ich gerade streame Mein Haupt PC Ja Das Ding ist ultra ultra stark Und Was man auch nicht vergessen darf Viele Programme werden Oder sind auf 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 Mac OS Besser optimiert Also zum Beispiel jetzt Was die Adobe Programme angeht Läuft einfach besser drauf Oder es gibt weniger Bugs Oder andere Bugs Sag ich mal auch so Teilweise sind nicht so nervige Bugs Mit denen ich teilweise zu kämpfen hab Auf Windows Die gibt's auf Mac einfach nicht so Und das können mir auch sehr viele bestätigen Die sich mit Videoschnitt auskennen Die viele da schon mitgearbeitet haben So Grant hat sich auch letztens Der ist auch ein großer Apple-Hater eigentlich Oder er sieht sich ein Für Apple-Produkte so viel Geld auszugeben Und trotzdem hat Grant sich auch vor kurzem Einen ähnlichen Oder ich glaub den gleichen sogar Ich glaub einen ähnlichen auf jeden Fall Ein ähnliches Modell gekauft Und er sagt halt auch Auf diesem Mac zu arbeiten Ist einfach nur geil So Verdienst halt auch Arschkohle Es ist Wer darfst nicht vergessen Das ist Scheuerausgabe Ich krieg davon Ich krieg davon einen ganzen Teil wieder Also Ne Weil das Weil das Arbeitsmaterial ist Ich krieg davon Einen ordentlichen Teil auf jeden Fall wieder So behind On the times But they have Such good Acht Euro für einen Handyvertrag Aber sich ein Mac für 4000 Euro Weil das ist wirklich That's schneile That's schneile Aber Geschäftsausgaben Some very creative people internally That make bangers But it's all wrapped up in this company That is out of touch And downright greedy and evil There is no reason Nintendo should be shutting down emulators They are doing your work for you They are creating more fans Of Nintendo property Than Nintendo is Ja das stimmt wirklich Also wie Das übersieht Nintendo einfach mal Das juckt sie einfach nicht Aber wie viele Nintendo-Fans gewonnen werden Ja Wie viele sich jetzt einfach Also ich bin mir sicher Hunderttausende eigentlich Jetzt mal ganz im Ernst Hunderttausende Haben sich doch Deutlich mehr auf Theotk gefreut Oder hatten Theotk Erst richtig auf dem Schirm Oder generell Sich erst mit BOTW Auch richtig erst auseinandergesetzt Zum Beispiel Weil es so Unmengen an Content Zu Breath of the Wild Im Internet gibt Weil so viele Leute Kreativen Content gemacht haben Modded Content gemacht haben Challenges gemacht haben Wie viele Millionen Sich das angeschaut haben Wie können wir euch erzählen Dass das nicht den Hype Auf Theotk Oder die Verkaufszahlen von Theotk Oder auch von BOTW Noch ordentlich gepusht hat Und Nintendo ignoriert das einfach Mann ey wirklich Selbst ich Selbst ich hätte nicht so Bock Auf Theotk gehabt Wenn ich nicht so viel Content Gemacht hätte Wenn ich nicht in diese Content Spirale So selbst abgerutscht wäre Da ich erst den Content Geschaut hätte Dann selbst dazu Content Gemacht hätte Weil ich hab dieses Spiel Dadurch viel viel mehr lieben gelernt Aber wenn ihr das verbietet Dann können wir nichts dagegen tun Das ist halt scheiße Und E Plus war es Ja genau E Plus ist das Netz In dem man drin ist So bin ich auch dazu gekommen For real aber Habe wegen dir Echoes of Wisdom gekauft Danke Und das ist jetzt nur ein Beispiel Aus dem Chat Also ich hab's auch öfter In den Kommentaren schon gelesen Von wegen Soll ich mir Echoes of Wisdom kaufen Ich sag ja Leute kaufen es sich So Modding hält BOTW Und THTK im Leben Ja natürlich Also legit Wenn ja keiner Also dieses Spiel war an sich Ja schon sehr früh Nach Release tot Es kamen halt ein paar Patches Und sowas Aber die haben ja nichts geändert Am Spiel Es gibt kein DLC Es gibt keine Updates Was ja auch okay ist Das Spiel ist in sich fertig Das ist ja eigentlich Eine gute Sache Aber ich muss sagen THTK ist nicht so gut gealtert Also THTK hat echt Nach ein paar Monaten Eigentlich niemand mehr drüber gesprochen Und wenn es da nicht Diesen vielen vielen Content gäbe Der dagegen noch ankämpft Quasi gegen diese frühe Sterblichkeit Von diesem Spiel Da würde es doch heute Niemand mehr jucken Das ist sowas seit einer Stunde An einem neun Minuten Wie ich weiß Ja ich weiß Das ist echt ein neuer Rekord Glaub ich Das sollte man machen Das sollte man machen Das sollte man offer Beter Services Als opposed zu Shut down The better Services Like they're shutting These Emulators down Without having anything Of their own That is an improvement They don't have anything It's just dumb I hate it I actually hate it So yeah I wanted to rant about this A little bit It's a classic You know Probably like Two or three times a year Nintendo rant Where I just have to spit on that company It sucks I really I'm so upset with them Because they make such good games It would just be such a slam dunk Ich find's halt so geil Wie er sich richtig Darüber aufregt Obwohl er einfach Kein Nintendo Content macht Man könnte ja sagen Okay ja Wenn du selbst drinsteckst Natürlich fühlst du dich Dann irgendwie verarscht So Ihm könnte das Egaler nicht sein Er verdient kein Geld Damit Das ist ihm eigentlich Total egal Und trotzdem Ja Rekte er sich richtig Schön leidenschaftlich Darüber auf Easy layup for Nintendo To just finally turn a new leaf And start getting into the 21st century Like finally doing things That aren't just needlessly evil That aren't just cease and desisting Everyone and everything And shutting projects down Taking down fan projects Like it's just so unnecessary So yeah RIP to Ryu Jinx Hopefully that YouTuber Doesn't lose his account to Nintendo And big fuck you to Nintendo That's about it Tja Geil Bester Mann Oh Er hat sogar Er hat sogar hier kommentiert Darf ich den Hunger Games Check ich den Kommentar nicht Ist das ein Joke Weil irgendjemand aus Hunger Games Irgendjemand aus Hunger Games So aussah wie er oder was Mach auch mal ein Ansage Video An Nintendo Das bringt halt nichts Das ist wirklich Kampf gegen Windmühlen Das ist ganz vergessen Alter Ich hab eben vergessen Auch das Video von Bill Camaros Hier rein zu posten Sorry Ja auf jeden Fall Was critical Ich muss ihn glaube ich Nicht groß promoten Ich hoffe Ich hoffe Mein Push bringt ihn weiter Da ich jetzt auch mal Auf einen kleineren YouTuber Reaktet hab Ja aber Dieser geiler Typ Ich feiere seine Takes Wie gesagt Manchmal krieg ich einfach Irgendwelche Themen von ihm vorgeschlagen Oder irgendwelche Videos Zu irgendwelchen Themen Die mich interessieren Der Mann ist gut Wie gesagt Die Möte